Puh, müssen wir vielleicht kurz nachschauen, oder? Nö, also ich würde nur mal auf die Karte schauen, wo wir noch nicht waren und dann versuchen wir da mal hinzukommen. Ah, okay. Und dann sehen wir, denke ich, ob wir da hinkommen oder nicht. Okay, ja. So würde ich es jetzt einfach mal machen. Also. Grossen Schlüssel haben wir noch nicht, glaube ich, oder ist es der Bossraum? Ich bin nicht sicher hier. Ich glaube, den würde man sehen, aber das wäre der Bossraum. Mhm. Hier kämen wir rum. Ja, da gehen wir mal runter. Okay. Mal gucken. Und du bist ein bisschen erkältet, höre ich. Ja, ist schon wieder am weg sein, quasi. Gott sei Dank. Ich will lieber morgen wegfahren. Wo? Wohin? Nach Salzburg. Ah, ist das das, was du gesagt hast? Ja, ganz alleine. Genau, genau. Solltest du nicht runtergehen? Ja. Ja. Ich weiss nicht, wo. Ich bin runtergegangen. Na, da in dem Raum, wo wir waren, konnte man da nicht runtergehen? Nee, das ist da ein bisschen blockiert, sage ich jetzt im Merl. Da. Da. Hallo, Shiny. Achso. Hallo. Nein. Achso, äh. Weisst du, da komme ich nicht runter. Hier runter. Hier. Moment. Ja. Nee, ich glaube, man kam da von unten nach oben als umgekehrt. Echt? Ja. Komm jetzt, geh mal tot. Jetzt lass ihn doch. Ja, ich habe wenig Herz. Und deshalb, sonst hört Bolle und Shiny dann wieder. Du solltest trotzdem mal nach unten kommen, bitte. Ja, ich weiss. Aber ich komme da immer noch nicht hin. Ich muss mich orientieren. Da war noch gerade ein Ding nach unten. Was? Ein Ding nach unten? Ja. Na, ein Weg nach unten. Aha. Da, runter meine ich. Richtig runter. Oh Gott. Hast du jetzt der Eingang schon wieder? Weisst du, für mich ist darunter nicht so, sondern darunter ist das hier. Achso. Das ist unten. Ein was? Jubiläum? Was? Ein Hütchen zur Feier des Affiliate-Jubiläums. Was meinst du mit dem? Ah, bin ich? Bin ich Affiliate-Jubiläum heute oder so? Was für ein Jubiläum? Äh, Partner, Mini-Partner von Twitch. Oh. Also ich war jetzt unten und habe nichts gesehen. Ja, okay, okay, okay. Ach shit, dann weiss ich doch jetzt nicht, wo wir lang müssen. Wir waren auf jeden Fall letztens in der Mitte da. Ja. Ja, hast Jubiläum, Tisch sagte mir das gerade. Wow. Und heute oder welchen Tag? Weil ich mag mich nur noch an einen Hai erinnern, aber... Der Hai. Mhm. Also eigentlich... Ich weiss, wir hatten zwei Leute, die wir da töten mussten. Und die haben wir getötet. Mhm. Irgendwie. Das Hütchen neben dem Namen auf Twitch. Geil. Dankeschön. Heute? Gebrustag. Warte mal. Oh, ja, guck mich hier. Gebrustag, do you. Heute habe ich das Lied gehört, was du damals mit Tashi gemacht hast. Also gesungen, das Original. Weisst du noch einiges? Äh, woher geht das? Das, wo ihr da drüber gesungen habt. Jumping Flame. Achso, das Pokémon Lied. Ist das Pokémon Lied? Wusste ich nicht, dass das Pokémon ist. Ach nee, das, ähm... Sei ein Mann. Ja, genau. Ah, sei ein Mann. Du musst so heiß sein wie Willi. Ach, das kann man teilen. Hat er mir auch gerade angezeigt. Ah. Aber ein Hütchen sehe ich jetzt neben deinen Namen nicht. Hm. Aber dann müsste ich doch... Was ist denn das für ein Jubiläum? Weil ich bin ja auch eigentlich Abomland der ersten Stunde. Ja, eigentlich solltest du ja auch. Na gut, ich bin mit Radio Robo hier eingeloggt. Ah, ja, stimmt. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal. Nein, aber Glückwunsch. Ist cool. Ja, das ist cool. Ich erinnere mich immer noch an den... an den Hai. Das war witzig. Das war echt so lustig. Du hast ein Hai auf deinem Kopf. Und dann hast du gecheckt, was los ist. Ja. Du bist noch nicht auf... Äh, du bist noch nicht zu Hause. Du musst jeden Raum kurz prüfen, damit ich weiss, wo wir es sind. Ich weiss ja auch nicht. Robert, danke schön. Wup, wup. Vielen, vielen Dank. Das auch nicht. Steht leider nicht dabei. Ja, ich glaube... Drei Jahre, vier oder so. Oha, wie habe ich jetzt mein Leben verloren? Na, die haben dich alle beballert. Ja, selbst gerade. Es müssen vier Jahre sein, mindestens, weil... Ich bin ja... Danke, Robert! Ich hatte letztens irgendein... 82 Monate oder so. Nee, 60 oder so. Ist das nicht so als eingeblendet? Äh... Ja, aber nicht auf diesem Lay... Layer. Dieses Layout nicht, ja. Ich habe kein blassen... Oh Gott, ich auch nicht. Warte, ich guck mal. Äh... Oracle... Was spüren wir gerade? Seasons. Seasons. Äh... Welcher Tempel ist das? Steht das irgendwo? Äh... Forscher Gruft L7. Forscher Gruft. Äh... Äh... So. Genau, wir waren da. Wir waren dort. Da waren wir drinnen. Was sagt er überhaupt noch? Ja. Äh... Äh... Okay. Also ich bin jetzt hier, wo ich dann, glaube ich, wieder zum... Äh... Ist da rechts eine Tür? Ach du, da waren wir schon, ja? Ja. Aber ich glaube, ich komme runter. Ja, ja, ja. Geh. Ne, das haben wir gemacht. Ähm... Hier oben rechts und dann runter. So. Uah. Wo bin ich hier? Ja... Könnte aber gut sein. Okay, der ist jetzt auch genau da. Hm, hm. Äh, ja, ja. Geh mal da weiter. Das ist bestimmt was Gutes. Oh, ich wusste, wir hätten nicht mitten im Dungeon aufhören sollen. Ja, das war schon. Das ist immer doof. Ich sag's immer wieder. Ne, Ernst. Wie sieht's da schnell sein aus? Ja. Äh... Ah, genau. Hier hab ich dann... Ach, hier war doch, wo du rübergespackelt bist. Ja, genau, genau. Und das hier, da will ich auch geben. Gehst du? Das Rätsel haben wir, glaub ich, gelöst. Ja, bestimmt. Soll ich ihn nochmal probieren? Mach mal, ja. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Das kann ja so ein bisschen dauern. Ah, fast. Du, ich glaubst es nicht, aber ich drücke. Ich glaub dir das schon. Ah! Oh Mann. Das ist nur sehr schwierig. Ich weiss auch nicht, ob das äh, original so ist, Tier. Nein, das glaub ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab aber auch keine andere Lösung. Das ist auch fast, wenn ich normalerweise das Tizen sprungiere, oder wie? Ah. Äh! Yes! Ähm! Ähm! Ist das gut? Ähm! 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 Ich glaub, das ist doch das, was uns dann nach oben gebracht hat, oder? Wut, wut, wut. Ähm! Okay. Das ist Mami. Die Theresa. Mami? Mami? Was ist Mami gehört? Oh, die rufst du bestimmt wahrscheinlich Mami. Aber da waren wir auch schon. Puh haben wir auch schon auf jeden Fall bewegt. Ah, das ist nur die Kugel. Ja, mach nochmal, ich weiß nicht. Was auch immer, das hat uns einfach nur die Truhe gebracht, glaube ich. Ja, kann sein. Widersteht. Mein Gott. Okay, jetzt. Schlüssel haben wir da auch nicht. Irgendwas Tolles übersehen wir. Mhm. Wer macht jetzt das da? Was macht er eben? Und Schlüssel. Kann man die Egenie töten? Ja. Du hast die, glaube ich, schon mal getötet. Hm, weiß nicht mehr. Hä? Ist nicht mehr der? Haben wir auch gemacht. Der linke unten. Ach ja, hier war ja auch noch was. Nein. Nein. Stimmt, 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 stimmt. Äh. Geh mal in den Raum, wo Wasser ist, wo diese Walzen über Wasser schwimmen. Ja. Ja. Da wurde das Schrampolin in der Mitte von so Blöcken, ja genau, und jetzt hier links. Okay. Geh mal da einfach jetzt weiter. Mach ich. Das war nichts. Hä? Kannst tauchen? Ich weiß, aber ich... Ja. Es hat nicht getaucht. Guck mal. Ah, okay. Waren wir hier weiter? Ja, genau, hier runter. Aber wir wussten nicht mehr, wie runter oder wir wussten nicht mehr. Ich glaube, das war das, wo du auch versucht hast, irgendwie runterzuspringen. Ja, so rüber. Aber nicht ganz geklappt. Das hier. Ja, das ist immer noch nicht aktiv. Das muss man erst irgendwie aktivieren, damit die Singer sich drehen. Ja. Ich glaube, wir brauchen davor, da wolltest du irgendwie rüber und runter. Aber das hat dann irgendwie nicht ganz geklappt. Weil du musst auch schnell sein, weil die Dinger ja weggehen. Oder so. Mhm. Stimmt. Ähm. Keine Ahnung. Mal versuch einfach nochmal mitspringen. Hier? Aber wie? Wie? Wiss ich nicht. Okay. Wie? Das ist ja Domtendo, was ich gerade angucke. Das habe ich ja nicht getrückt. Geh, warte mal. Das könnte sein, als ich diesen Sprung schaffe. Halt, warte mal. Ich glaube, du musst nur die Typen da besiegen und dann kommt eine Brücke. Snuffels! Dankeschön! Warte, ich habe es geschafft. Fuck. Geh, geh rüber, geh links, geh links. Geh links. Lass es, lass es, bitte. Besieg einfach die Typen da drüben. Äh, okay. Snuffels, vielen Dank. Hey, hey, hey. Snuffels, ich hätte wirklich gern bei dem Raid geholfen, weil ich dachte mir letztens noch, ich hätte mal Bock drauf, um auch mal ein Raid zu machen, aber ich hatte ja leider heute keine Zeit. Was heißt, leider? Ich bin natürlich immer gerne hier. Ja. Kill that, dudes. Ist schon erledigt. Raid. Ja, ich weiß nicht. Wer hat den Raid denn ausgelöst? Ja, das... Die Frage stellt sich. Nein, 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 komm. Ah, Mann. Und wo warst du? Ah, nee. Also das hätte ich selber wissen können. Äh, hätte man drauf kommen können. Hm. Die Bäume sehen nicht mehr gut aus. Ah. Jetzt drehen die sich nämlich. Durchgepflückt sind, scheisse. Ja, ähm... Genau, wir können dann später... Werde ich dann noch Minecraft streamen. Kurz. Wow. Und dann, äh... Mein neues... Ne? Was ist denn da? Weiß nicht. Keine Ahnung. Dich runter. Erst hoch auf die sichere Plattform, bitte. Ah, ja, stimmt. So, genau. Ja, jetzt ganz easy. Ah, easy. Sagst du? So, jetzt weiß ich nicht, welchen zuerst. Äh, ja. Das ist das Ultra-Trampolin. Ja, guck uns mal das andere an. Voll daneben. Genau. Ah, okay. Oh, tschüss. Ah. Hm? Was war jetzt? Die, 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 die? Ich weiß nicht. Gehen wir mal ganz da oben. Hm. Es sieht aus, als ob man immer runterfallen soll. Und dann irgendwie... Ich habe ein halbes Herz. Gibt's was cooles? Mhh, das kann jetzt lustig werden. Ja, das wird lustig. Also kam das Trampolin hie... Ernst jetzt? Das bringt dich ja eigentlich nur wieder nach oben. Ja, ausser ich würde das... ...versetzen. Oder musst du die rot machen? Aha. Das bringt ja gar nichts. Ida muss... müssen sterben. Aha. Ja, okay, okay. Okay. Und dann, glaubst du, die Tür auf oder so? Also doch erst das blaue Trampolin, die töten... Nee. Nee, aber... Nee, aber... Oder sind die dann wieder da? Sie sind wieder da. Ja, ne? Mhm. Dann, äh... Kann ich das irgendwie von hier aus, äh, ähm, machen? Äh, ich glaube er nicht. Äh... 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 Könnte klappen. Äh... Versuch mal. Äh... 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 Loslaufen. Damit du mehr Sprung hast. Äh... 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 Wo landest du denn eigentlich, wenn du da runterfällst? Da. Ah, okay. Ich hab nichts gesagt. Äh... Äh... Hui. Ähm... Oh, nee, das... Komm gar nicht hierher. Nein! Ja. Alles aus dem Weg rollen. Und dann gutes Timing haben. Ja. Du hältst den Greifenmantel, halte den Knopf gedrückt, um besonders weit zu springen. Ja, das, ähm... Oh, das ist wie ein Eichhörnchen. Juhu! Ja, sozusagen, ja. Das hätte uns einiges erspart, glaube ich. Juhu! Und wir haben vieles so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Ah, aha. Äh... Okay. Und jetzt vermutlich hier drüben. Aber was... Achso, jetzt, ja, genau, ja. Ja, ja, ja. Kannst du da natürlich drüber. Superman! Super Link! Und ich dachte mir vorhin noch... Oh, wie... Wie gut wäre das, wenn wir das Item aus Minish Cap hätten, wo man ja auch... Ja, ist ja eigentlich genau das gleiche Teil. Ich warte kurz. Und auch so... Ja, genau. Einfach kurz abwarten. Ist sicherer, glaube ich. Ja. So. Ah! 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 Uhuhuhu! So, jetzt wäre mal wieder eine Fee oder sowas. Ganz nett oder einfach mal herziehen. Ja. Nein, nicht die. Aber du musst es wahrscheinlich gleich brauchen. Weil es dir so viele gibt. Aha! Ah! Oh, danke schön. Ah, göttlich. Ok, jetzt schön aufpassen. Boden brüchig, ne? Ja. Geh dahin, wo Boden nicht brüchig ist. Oh! Juhu. Ja? Ja? Na wirklich? Na wirklich? Er ist wieder wahnsinnig, ne? Mach doch nicht da Pause, wenn du in der Luft hackst, sondern spring doch mal neu. Mit Anlauf vielleicht. Ja. Oder so. Heieiei. Ja. Ja, gut. Langsam weiss ich wie. Sehr schön. Jetzt kommt Klaubs Boss. Schon? Wir treffen uns erneut. Wirst du unseren Bann brechen oder zerbricht er dich? Die Zeit wird es zeigen. Also. Die hier glaub ich waren's oder? Wo mich aufgefilzt wurden. Ja. 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 Ah, deshalb. Ich glaub du kannst die nur treffen, weil alle Lichter an sind. Ja. 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 Das darf wohl. Nein, das kann nicht sein. Ich werde zurückkehrt um dich einzusuchen. Nein, bitte nicht. Ähm. Ähm. Heee. Okay, das war der Zwischenboss erst mal. Ja. Cool. Aber es geht voran. Das ist sehr schön. Ja. Oh, Treppensucher. Besuche. Nehmen wir diese. Und diese. Und diese. Das hier. Und hier. Nein. Nein, sieh aus. Nein, nein, nein. Du gehst zu weit zurück. Nein, ja, doch, ja. Ja. Ah, nein. Ne, sind wir von hier gekommen? Ja. Glaube. Ja. Okay. Dann, äh. Ja, hier rechts. Die hattest du genommen. Die obere. Jetzt wirst du auch mit Feen zugeschissen. Ja. Ah. Äh. Wow. Okay. Das war nicht unser Ziel. Nee, gar nicht. Glaube ich. Und? Nur droben? Nee, oder? Ja. Den haben wir wohl noch nicht. Nope. Ich hoffe, der andere Weg führt uns dahin. Führt uns nicht in Versuchung. Ja. Okay. Okay, der braucht einen Schlüssel. Und, das ist wohl eine Kombi aus Magnet und... ... ... ... ... Mhm. Mhm. Oof. Tschüss. Tschüss. Soweit so gut? Mhm. Äh, nein. Soweit so nicht gut? Oh, fuck. Oh, oh. Noch schlimmer? Noch schlimmer? Oh, oh. Ja. Geduld, Romero, geduld. Geduld. Ja. Aha. Aha, aha, aha. Was? Ah, das muss sein. Ja. Ist da der Bot, ne? Könnte sein. Ähm, ah. Eins, zwei, drei. Ich glaube, man sieht schon. Äh, okay. Ja, genau. Aber, ähm, komm ich zum eins? Äh. Äh. Gute Frage. Oder du? Äh. Doch. Geh mal hier runter und geh mal dann aus dem Raum raus, dann ist es ja... Ach, die kannst du ja gar nicht. Na doch, hier oben lang. Weißt? Nee. Es, das hier ist nur mit so einem Sprung-Element. Äh. Also. Äh. Okay, dann. Es soll irgendwie an der Saal kommen. Was ist, wenn ich hier auf der Kante... Mh. Äh. Fies. Weil das tut sich dann auch auf dieser Weg, wenn der Code richtig ist. Äh. Äh. Wahrscheinlich. Äh. 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 Also ich kann machen, ist so irgendwie rüber, blöd. Äh. 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 Warte. Äh. Versuch mal mit Anlauf, also mit... Ah, mit Turbo. ...Pegasus-Ding. Vielleicht kommst du so weit genug, dass du zu eins fliegen kannst. Mhm. Mhm. Äh. Äh. Volle wieder hier. Äh. Ja, jetzt wird's schwierig. Äh. 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 Ja, okay. Aber geschafft. Hast du dir schon richtig geschafft. Öff. Okay. Okay. Ich weiß auch, wie schwer sich das steuern lässt. Keiner macht dir einen Vorwurf, dass du komisch fliehst. Äh. 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 Okay. Äh. 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 Mal kurz geschaut, ob's das ändert. Äh. 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 der wird unter mir. Die noch etwas ruht? Eigentlich knallt er sowas von auf den Boden und wäre eigentlich tot, aber okay. Link kennt keinen Fallschaden. Nur Schallfaden. Schallfaden. Unter mir rot. Zu rechten rot. Nur ich soll blauer Strang. Hm. Ich check's nicht ganz. Nee. Chat! Also die rechten hätte ich schon rot gelassen, beide. Und die anderen? Sieht nicht. Übersehen wir noch Schalter irgendwo? Chat, habt ihr eine eine Idee? Leit uns euer Gehirn. Ja. Hast du die anderen beiden jetzt rot? Ja. Machen wir mal die blau. Machen wir hier, ja. Machen wir den oberen blau und den unteren rot. Und was ist der Tier, die... Hä? Ich check's nicht. Ja, ich weiß nicht genau. Aber okay. Vielleicht sollte einer der Schalter die Eule darstellen und dann halt rechts und unten rot. Nur ich soll blauer strahlen. Also, ja, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Okay. Wir haben das, was wir gebraucht haben. Mh, 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 mh. Ich weiss. Siehst du? Siehst du? Ja. Zack. Geh einfach weiter. Jetzt warte doch nicht auf den. Ja, aber Herzen... Die nehmen dir eher Herzen als dass sie dir welche geben. Vertrau mir. Siehst du? Ja, ja, ja. Hab ich doch gesagt. Jetzt geh einfach rein. Oh fuck, fuck. Okay. Geht direkt los hier. Dann los. Gott, oh Gott. Also, Level 3 ist geil. Und es geht weiter? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Äh, 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 äh. Oh, oh. Ah, ich weiss was. Ach, dass sie so was geschenkt kriegen. Ja. Ja, ja. Ja. Schön aufpassen. Äh. Ja. Easy. Und schau dir jetzt raus. Level 3 ist wirklich Gold. Ja. Ja. Zwei Eier. Ja, tatsächlich. Irgendwie ganz komisch. Also, Jet, wie sieht das für euch aus hier? Essenz der Natur. Hm, Leben entsteht, wenn man Vögel, äh, Vögel dieses Sattellebens in die Ferne hinaustragen. Ja, genau. Ja, genau. Okay. I see what you did there, Miyamoto. Hm, hm. Äh, der Schlingel. Okay, eigentlich kann nicht mehr viel kommen jetzt, oder? Ja. Das weisst du. Das weisst du. Polro, die Sattellebens gab mir neue Kraft und nun geht es die letzte Essenz der Natur. Aber dieses Mal träume ich nicht. Ich zähle auf dich, Polro. Sie muss irgendwo im Holodrums verborgen sein. Viel Glück. Ja, super. Jetzt, wo es ankommt, träumst du wieder nicht. Super. Ja, wir müssen eigentlich nur gucken, wo jetzt noch was übrig ist. Wo wir vielleicht noch nicht waren. Äh, ich denke da ist dann... Oben? Oder da kommen wir immer noch nicht hin. Das Final, Final Stage. Ich glaube ja immer noch, dass oben der Showdown ist. Bist du da mal reingesprungen? Noch nicht. Kann ich nicht. Bist du da reingesprungen? Okay. Ähm, also ich würde zur Sicherheit trotzdem mal da gucken gehen. Ob er uns wieder rausschmeisst. Okay. Da oben bei dem Lila da. Ja. Robrium, wie am... Blululululul. Äh, das ist zu hoch wie Lila oder? Soll ich hier hingehen? Äh... Ja. Ja. Äh. Warte. Warte. Ist... Achso, nee, warte. Das war, glaube ich, doof, oder? War es genau, war doof. Hier hinzugehen? Jetzt sind wir doch ganz woanders, oder? Ähm, nein, jetzt komme ich schon rüber. In meinem neuen besten Tool. Warte mal, wir hatten doch immer... Doch, 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 genau, äh... Da war doch irgendwas, wo wir dann Benni eigentlich hätten gebraucht. Ja. Und der kam ja da nicht. Jetzt hast du ja aber die Flügel. Ja. Ist doch richtig. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Hier. Aber ob wir jetzt da schon hinkommen? Ja, ja, das ist ja jetzt hier, da. Da kamen wir nicht rüber. Nein. Da kommst du jetzt aber rüber. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, zwar kamen wir da nicht schon rüber. Achso, hier waren wir doch schon wohl. Doch, da kamen wir. Was war hier? Äh, haben wir gesehen? War das das, was wir letztes Mal gefunden haben, was wir vielleicht aber noch nicht wollen finden? Vielleicht? Achso. Ja, guck einfach mal. Ja, jetzt komme ich natürlich hier super rüber. Ich glaube, du hast dann gesagt, nein, da musst du noch nicht sein, da kommst du erst noch hin oder so. Ja, ja, kann sein. Geh mal hoch in das Ding. Tempel der Jahreszeiten. Ja, doch. Ja, es kann fast nur hier sein. Mhm. Oder? Ich verwirte halt, weil wir hier schon mal waren, aber ich glaube, dass wir den Tempel gesucht haben und hierher gegangen sind. Aber das war hier, glaube ich, wirklich falsch. Ja. Dann kamen wir aber irgendwo hier nicht weiter, wo wir hätten Benni gebraucht. Oh, sind die Flügel. Ja, die Flügel dann halt. Okay, ja, also, genau. Arbeiten wir uns mal nach oben. Ja, weil wir, schau mal, da ist drei Felder, die noch nicht. Ja, genau. Oder sogar mehr. Keine Ahnung, welche Jahreszeit, aber ja. Ich hoffe die nicht. Ne, wir brauchen Sommer. Das ist der Sommer. Ach so, ja, okay. Hier nicht hoch. Da, die Treppe hoch. Glaube ich. Ja? Ne? War das doch so verwirrend hier? Ähm. Ja. 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 Und da habe ich mich mit Benni... Ne, bin ich da rübergegangen? Ne, halt. Da muss Blättern sein auf dem Boden. Herbst. Ah ja. Tut. Ja. 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 Ich glaube, ich habe dann gesagt, komm ich schaffe das. Irgendetwas wollte ich schaffen. Aber ich habe es nicht geschafft. Irgendwas war da ja. Nein. Nein. Ich habe niemand cafe zu sein. In этих Milutfath. Ja. 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 Jetzt kommen wir da rüber. Ah, der Vulkan, oder nicht? Weiß nicht, da oben? Nee. Hey, hallo? Oh! Äh! Hä? Nee, muss schon reinspringen, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist alles nicht wirklich. Nicht echt, meinst du? Nee, 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 nicht echt. Warum sind wir jetzt hier genau? Da? Wollen wir hier schon mal nicht? Rugg mich vor Sonderes, nein. Also da ist das Feld unten. Noch nicht. Jetzt längs. Nee. Da müssen wir von da kommen. Warum sind wir denn hier genau? Keine Ahnung. Nee. Da ist ein Schlüssel. Ein Schloss. Hm. So, warte mal. Kommen wir da irgendwie anders? Nee, du warst schon richtig. Schon? Ja, wir sollten vielleicht mal mit Leuten sprechen. Auch hoch? Geh mal hoch. Nee, hoch. Zu den komischen Verrückten da. Wirklich? Ja, red mal mit ihm. Das ergibt, das gibt ein riesiges Feuerwerk. Wie könntest du jetzt bei dem Feuerwerk helfen? Dem hier? Nee. Noch was Explosives. Das hier? Mhm. Schmeißen wir da rein. Okay. 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 Aber die sind trotzdem verbunden? Ich dachte, die sind nicht verbunden. Äh, ich weiss nicht. Anscheinend irgendwie schon. Aber dann hätten wir das ja schon machen können. Eigentlich schon lange. Das ist geschafft, super. Ich glaube, du bist vorher gar nicht hierher gekommen. Also, ja, okay. Ist ja egal. Weiter. Jetzt geht's vorhin. Okay. Sehr schön. Mhm. Sehr. Nice. Okay, das war nur das Herz. Also nur. Super, aber nicht noch eignet das... Ach, diese Raben. Okay. Gut, das Rest drüber, glaube ich. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, die Jahreszeit ändern wir mal nicht, oder? Ah doch, ich sehe es. Ja doch, sonst kommst du da nicht hoch. Sommertechnisch. Kann ich auch. Eins jetzt. Ist mal weg mit dir. Okay. Warum ist Teta in der Mitte noch frei? Okay. Frag mich nicht. Aber genau dich frage ich, sonst kann ich ja niemanden fragen. Rungen. Und jetzt? Ja, ich gucke noch. Ja, ich gucke noch. Soweit. Oder muss ich... Ich glaube schon. Rungen. Und dann so. Oder so. Ja, genau. Ja, genau. von Fledermäuse. Ja, 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 ja. Ja, genau. Gleich Angriff hier. Gleich begrüsst. Ich weiß nicht. Ja. 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 okay das ist bestimmt zudem ein ding da ein wo wir gerade das gesehen haben ja genau dachte ich mir schon alles super hat es mein brain aktiviert selda nein also immer selda nein du darfst den unter schlupf nicht verlassen nicht jetzt lass ab von mir ich kann nicht einfach zusehen wäre die menschen in furcht vor zerstörung leben müssen so bedrohlich es auch ist du darfst nicht die hoffnung verlieren nur die hoffnung kann uns jetzt noch zum frieden führen okay schwertschild höhle name pokémon höhle aha das ist ja ich mir auch gedacht okay das ist ein bisschen rutschig ja ich hab mal locker noch sich aber du machst mal kurz ich muss mir unbedingt mal kurz nase springen die nase hauen macht das sicher keine luft mal genau aber ich bin gleich wieder da macht das also ich glaube da müssen wir irgendetwas machen hier aber dass wenn das wieder so ein lichtdingens ist wie in den 3d zeldas muss man die irgendwie mit so lichtblenden oder so oder irgendwie licht zurückstrahlen nie Ne, 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 und wir mal neun. Nicht mit uns, Chat. Ne, 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 ne. Ah. Ah, wieder da. B-B-B-E-E-E-E-E-E. Ah, bravo. So, noch alles klar? Rutschi hier, ne? Serio? Bis amstetisch. So. Hm. Mach ich mir diese Kugel? Äh, kannst du den nicht damit töten? Äh. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch. Mhm. Ich glaub du dafür, Farida. Du kannst ihn ja sonst nur runterschieben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schlosssssssss… Musik klingt so fröhlich hier. Ja. Jetzt nicht mehr. Das scheint zurück wahrscheinlich. Oha. Fatschehändchen. Oha. Dreh durchs Spiel. Kann ich hier nicht auch? Warum kann ich hier meinen umhangen? Nein. Dann brauchst du Pegasus. Schnelligkeit? Geht das überhaupt hier? Ja, hast du doch schon. Wo ist meine Fetisch? Das ist überlegst du gerade. Oder ist das die Fee, der Satz? Das ist jetzt das Ding. Der Umhang. Äh. Jetzt ging's doch. Ja. Oh Gott. Äh. Was? Was ist denn da los? Einfach machen. Aha. Nur mit dem Pegasus. Achso. Nein. Hä? 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 Ich check's nicht, aber Regen hat es passiert. Äh, mehr Anlauf wahrscheinlich. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich. Na ja. Halb so wild. Außer wir piepen nicht. Ja. Es macht doch ja aber die Musik. Ja, das stimmt. Oh Gott. Wird nie besser. Nein, wir sind gerade nicht besser. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Die Tür ist bestimmt aufgegangen. Aha. Meine Güte. Ich habe keinen Schlüssel. Das heißt ja, komm da schon mal nicht lang. Ist gut. Treppe. Nein. Wää. Ah, fies. Da kommst du gar nicht ran. Hm. Au. Oh Gott. Das ist gemein. Okay, das war jetzt nicht, was ich mir aufpassen konnte. Das sind viele Truhen. Das heißt, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Das müssen wir uns aber gut merken. Irgendwie. Wenn wir uns später fragen, hm, wo geht's denn jetzt lang? Wo brauchten wir denn einen Schlüssel? Dann war das hier. Nur kurz. Nee. Hoch, hoch, hoch. Ja. Hm. Voll in die Sauce. Oh, nee. Oh. Aber es geht doch. Ja, es geht. Aber ich weiss nicht, warum. Jetzt wieder nicht. Okay. Aha. Ich glaube, ich weiss, warum. Ja, ja, ja. Ja. Schau mal. Ich muss hier springen und so machen. Wenn ich über dem Abhang dann springe und so mache, geht das nicht. Ja. Achso. Okay. Oh, das hat uns viel zu viel Herzen gekostet. Dieser Ausflug war ein bisschen... Nicht geil. Ja, genau. Oh, nein. Sehe ich mich gerade. Okay. Ernst? Ha. Ha. Okay. So ein weiter Weg, ey. Sehr gut. Ah, da sind wir noch nicht welberichts. Genau. Bäh. Bäh. Ich glaube nicht. Das tut doch nichts. Nee, nee, nee. Never, ever. Oder die da von Weisen. Äh. Aber da ist ein Schalter, das irritiert mich. Ich hätte jetzt vielleicht probiert mit Pegasus vom anderen Raum aus mit Anlauf zu versuchen. Weil du ja rutschst und so. Vielleicht hast du da noch mehr Gleitding. zu viel. Nee, nee, nee. Nee, okay. Hab ich zwar, aber nicht so viel. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Okay. Dann brauchen wir noch einen anderen Weg. Nein. Och. Jetzt hat er dich doch noch erwischt. Gibt es einfach nicht. Kannst du bitte einfach stehen bleiben? Nein, nicht zu. Boah. Boah. Halleluja. Dankeschön. Ja, er hat seine Truhe. Mhm. Hat gar nicht boop, boop, boop gemacht? Nö. Hey, ernst jetzt. Wirklich. Stück zurück. Oder damit leben. Da waren wir noch. Okay. Am Start. Hä? Das ist der Start, genau. Eben das hier. Da müssen wir irgendwie noch etwas haben. Irgendein Item oder irgendetwas. Ja, ich ahne was. oder mit Bumerang mal versuchen. Wenn der nicht, dann... Ja, da wissen wir alle, was wir hier bekommen. Nicht ganz. Nein, ich weiss, einem Schwertschild. Ich dachte, entweder ist so etwas, was reflektiert oder ähm... Nein, Laserstrahl habe ich ja schon mit dem Schwert. Ähm... Die, äh... Ich hätte jetzt gesagt, du kriegst die Pfeile und Buh. Deswegen, äh, diese Spektralpfeile, oder wie die heissen. Ähm... 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 Ja, weiss ich nicht. Ähm... Aber wo kommen wir jetzt lang? Keine Ahnung. Also, jetzt bin ich überall, wo ich Möglichkeiten habe, bin ich lang. Hm. Hm. Ausser da, wo wir eben nicht weiterkommen und... Ähm... gibt's noch gibt's noch Räume mit... Truhen, wo wir uns schon waren. Oder macht's woanders danach rechts aber da kommen wir eben nicht warte die kugel kannst du die mitnehmen in einem anderen raum wird da noch nicht nur nicht nur deswegen da sein nämlich mal mit rüber nach rechts das ist doch nicht nur für den typen da irgendwas muss doch da los sein müssen da irgendwie rüberkommen jetzt weil woanders wüsste ich jetzt nicht muss das gehen mit pegasus das wird nichts aber besten willen glaube nicht ich möchte heute nicht viel zeit verplempern ganz ehrlich weil wir eventuell könnten es schaffen heute durch du bist glaubst eingefroren oh nein hilfe wieso warte mal das browser aufgetan jetzt seid ihr noch da hallo hallo du hörst mich aber noch du hörst mich aber noch ja tschuldigung ja ich hörte ich noch tschuldigung okay ja weiß ich nicht wie wir das problem jetzt ist außer du rufst mich vielleicht gleich nochmal an ich rufe an rufe mich an ruf mich an eu Ole? We'll be right back. We'll be right back. Ja. Ich höre dich. Okay. Okay. Bis nochmal. Dann geht jetzt wieder alles. Ja, bis jetzt schon. Probier nochmal nachzuschauen wegen dem Dings, was wir machen müssen. Ich hab den Browser offen. Okay. Der ist schon offen. Also. Okay. Genau, okay. Seht ihr eine von Blöcken umrandete Schlucht, an deren Ende eine Statue steht. Hast du das gemacht? Eine Statue? Nö. Nach oben und rechts von der Eingangshalle aus. Mach mal. Äh. Also Eingangshalle. Ah, diese Statue, die du gesagt hast, Boomerang. So. Äh, ja. Da steht. Einfach mit einem Kern beschießen. Och. Ich hab jetzt wirklich gedacht, wir brauchen dafür ein Dungeon-Item. Mein Bruder ist ab. Bin gleich zurück. Oh, ja. Okay. Sorry, guys. Aber, äh. Warte mal. Jetzt kann ich ja mal kurz gucken. Äh, da suchen wir jetzt. Nö. Guck mal. Was denn? Also, wenn, ähm. Wir uns gut anstellen. Und vielleicht ein bisschen Überlänge heute machen. Nee, das wird nicht. Ah! Weiß ich nicht. Wir könnten es vielleicht heute durchschaffen, aber. Aber wir müssten mal den Tempel jetzt richtig schnell durchschaffen. Und das weiß ich nicht, ob wir das hink. Der Tempel scheint mir ein bisschen lang. Ja. No, no, no. No, no, no. Naja, macht nichts. Dann haben wir noch was für nächste Woche. Das ist eh Feiertag. Ist ja bei uns. Ist ja in der Schweiz auch Feiertag. Weiß ich gar nicht. Nee, warte. Ist ja die Schweizer doch am 1. Mai Nationalverhältnacht. Oder? War das so? Oh Gott. Ich bin gerade weit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, irgendwie so war das. Sie ist gerade alles ziemlich laggy. Mein, mein Dings. Ich weiß. Du bi, du bi, du bi, du. Bap, bap, bap. Ach, Shiny. Ich freue mich so. Das wird cool. Da bin ich wieder. Wie bi? So. Da, Kontroller. Dankeschön, Shiny. Ich habe mich gerade gefragt, war bei euch am 1. Mai Nationalfeiertag oder so? Äh, August. Am August. Also habt ihr nächsten Mittwoch auch Feiertag? Äh, nein, nicht ganz. Wir haben einen halben Tag Tag der Arbeit. Einen halben Tag? Ja, gesetzlich. Wow, die Schweizer müssen trotzdem arbeiten. Nee, die viele haben frei. Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm... Warte, jetzt haben wir einen Schlüssel gebraucht. Ja. Okay, dann alles wieder zurück. Ich habe erst mal einen bekommen. Hol den hier oben auch gleich. Den kannst du ja auch eigentlich holen. Ah, ja, stimmt. Das müsste ja auch gehen. Äh, ich weiß nur nicht, wie du die alle beschießen kannst. Nee, ich auch gar nicht. So? Okay, das... Äh, ich glaube, das... Aha. Muss irgendwie viel schneller gehen. Von oben? Weiß ich nicht. Ja, fast. Pegasus-Stiefel. Nein. Sprich doch nicht runter. Also Pegasus-Stiefel. Guck, ich bin hoher, der Mensch. Ach. Komm schon. Nicht runterspringen. Äh. Sind die alle gleich lang an? Also, oder ist einer vielleicht länger aktiviert? Äh. Eins. Äh. Na, leider gleich lang. Hm. Warte. Ne. Ja, okay, dann weiß ich es nicht. Vielleicht kommen wir da auch noch nicht ran. Meinst du? Vielleicht. Ne, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie wir noch schneller sein sollen. Also. Hm. Mach erstmal weiter. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel. Du meinst nicht, dass wir zurück müssen? Ja, wir kommen sicher nochmal hier zurück. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann gehen wir halt zurück. Dann gehen wir halt zurück. So halt, wie ein Gans und ich da hinlaufen. Nee. 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 Aua! Und das ist ein blöder Rost. Meine Güte. Meine Güte. Nein, das Herz ist verbrannt. Also käme ich jetzt runter und kurz rüberschauen. Komme ich noch weiter? Ich hätte, glaube ich, erst mal gern die Truhe doch geholt. Ich glaube, das können wir schon machen, oder? Ja. Mhm. Jetzt wollen wir das nämlich vergessen. Ja. 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 Ja, der hat mich verwirrt. Ein stiller Beobachter ist erforderlich. Ja. Ja. Da kommst du bestimmt irgendwie von einer Seite an. Ja. 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 Kannst du die bestäuben mit irgendwas und die geben dir dann eine Fee. Oder mit Bumerang. Vielleicht. Ich weiß. Ich weiß, es gibt so Viecher. Die kann man mit Bumerang machen und dann geben die eine Fee. Die nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alles klar. Gott, jetzt sind wir irgendwie doch ganz woanders. Was soll das so? Achso, wir sind auf der anderen Seite. Okay. Von da, wo wir gerade gewesen wären. Hm. Ja. Du hast die Superschleuder. Aha. Sie versiesst drei Kerne gleichzeitig. Aha. 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 Wie schön, Vicky. Aha. Aha. Ähm. 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 Ja. Ja. Denkst du so wie ich? Ja. Nein. Das ist nicht. Nee. Ich glaub, die ist jetzt weg. Wie denk ich dann? Na, die Kugel auf den Schalter lenken? Ja. Wie? Na, er ist geradeaus und... Nicht? Du kannst ihn doch ein bisschen lenken auch in der Luft. Also... Das ist halt gut ein bisschen Time, so... Vielleicht... Jetzt ein Stück vor, damit du... ein bisschen Spielraum hast. Schieb die erstmal nach vorne. Genau. Und jetzt schätze ich so, dass du auch hoch gehen kannst. Fällt die gleich runter? Oder lässt du los? Ähm. Nein, es ist, weil ich... Weil ich hier dann... Das blockiert es. Ich kann ja nicht dadurch, glaub ich. Oh, das geht nicht dadurch. Also beziehungsweise... Okay, darum hab ich nicht gesagt. Oder ich seh's nicht. Aber es müsse ja eigentlich gehen. Hm. Ja, aber... Vielleicht auch von aller Seite, aber warum ist das Ding dann da? Mit der Superschleuder kann ich ja das nicht machen. Nee, nee. Ich dachte halt, es geht durch die Blöcke auch. Außer ich muss es... Zuerst nach oben. Oh. Oh. Ich dachte halt, es geht durch die Blöcke auch. Außer ich muss es... Warte, geht das wirklich nicht durch die Blöcke? Sonst hätte ich jetzt die Idee gehabt, aber... Ach, das sollte... Da müsste ich jetzt ganz sicher sein. Kannst du es mal unten testen? Versuchst du mal von hier zu bewegen. Doch, es geht. Okay, okay. Kugel nach unten. Bring mal die Kugel nach unten und dich nach oben. Und jetzt kannst du sie nämlich ganz sicher dahin bewegen. Okay. Ach, geht noch nicht. Ach. Mist. Du läufst dann natürlich ein zu weit. Shit. Kannst du... Nee, kannst du nicht. Ähm. Äh, shit. Das war doch mein Plan. Das war ja ein guter Plan. Ja, okay, dann das. Wahrscheinlich geht es dann nicht. Muss irgendwie von der anderen Seite. Geh erstmal wieder hier raus. Wir haben jetzt die Schäuze, jetzt können wir da das Ding abholen. Kannst du irgendwie hier runter? Hm. Das glaube ich nicht. Oh. 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 Ich weiss nicht, wie ich durch diese Feuer, äh, das Feuer entfernen soll, kommen soll. Kein Plan. Ich auch noch nicht. Ist zwei DDS. Bring mal schon raus. Mhm. Ach so, das. Ja, hm. Bring mal schon raus. Was war da? Sind wir doch irgendwie nicht an die Truhe gekommen. Ja, ich glaube, hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Ich denke... Ja, ich weiss nicht, was ich denke. Ich gehe erstmal jetzt hier wieder weiter. Äh, ach scheisse jetzt. Jetzt haben wir uns die Wege am Boden verbaut, ne? Ne, ne. Ich gehe jetzt mal da zu diesen Dingen. Ah. Zu diesem Dreier. Und bin tot. Okay, das kann jetzt schwierig werden. Vor allem durch das Feuer zu kommen. Oh je. Jep, das wäre lustig. Total funny. Was hat dieser Blob gemacht? Selbstwort. Okay, ein Herz. Wie du in Minecraft immer. Das mögt ihr doch. Ja. So, jetzt schön vorsichtig. Hier geht ja noch. Hier kannst du es eigentlich ein bisschen aufpassen. Ja. Ich sagte sie, aber hier ist es schwierig. Hier musst du einfach Killer-Gumando machen, glaube ich. Ja. Nee. Weißt du, du kommst ja jetzt nicht ganz viel rüber. Du musst irgendwie abpassen. Nein. 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 Du musst. Fies. Einst, flätsch. Nein. Mach die tot. Nein. Ja. Nein. Nein. Gibt's nicht, oder? Oh Gott, ey. Oh, Herz, danke, danke, danke. Ey, warte mal. Wir sind hier wirklich von einem Herz zum anderen. Lass dich doch von dem Typen grabben. Dann bist du doch schneller beim Eingang. Stimmt. Stimmt. Ja, gut, es gibt wahrscheinlich auch noch Schlüssel. Nein. Oh. Ich brauche jedes Herz. Mhm. Ein Ring. Wow. Äh, okay. Wow, 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 wow. Ah. Gut, jetzt musst du aber wieder hoch zu dem Drehkreuz wahrscheinlich. What's the problem? Das ist ein Ton mega hoch. Bipipipipipipipi. Mhm. Das ist wahr. das problem ist bei diesem spiel man verliert so schnell herzen kann man voll sein und dann das ist wahr jetzt haben wir fünfeinhalb herzen das sollte doch reichen 16 aber es gibt ernüchterung auf gute und schlechte weise wir sind beim nächsten mal fertig okay also wenn wir nächsten mittwoch machen oder je nachdem welchen mittwoch wir sind dann fertig geschaffst heute sicher den tempel also wir haben jetzt noch nur drei stunde mindestens wenn wir ausreizen bis 10 und dann ist beim nächsten mal final aber wo gehe ich jetzt hin noch mal dahin zu dem drehkreuz ja du musst jetzt leider wieder durch die flamme versuch bis dahin noch ganz viel herz zu sammeln statt zu verlieren sagte mit wem redest du hier nekom nein ok 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 wird es geladen quickly und dann sich noch mal ein ab einfach schnell dadurch aber da gäbe ich noch ein herz oder ich verliere noch zwei nichts gewonnen die sind richtig penetrant hier ja ja jetzt raus ja jetzt hinterher wieder schaden ähm romero Konzentrieren Sie sich noch ein bisschen, bitte. Ja. Yes. Sehr gut. Jetzt kommt die Kack. Ja, easy. Also, ein Drehkreuzchen. Okay. Ja, das geht jetzt gerade nach unten, richtig? Wo? Ja. Ja, shit, wir bräuchten es nach oben. Ich habe alles versaut. Ja. Kommt er auch jetzt so rum, richtig? Nee. Vielleicht ist das, aber das, was er da sagt, die Eule, ist doch wichtig. Ja, ja. Wahrscheinlich. Aber ich weiss nicht, was er mit dem sagen will. Hast du versucht, schon mal die Steine zu gewinnen? Ein stiller Beobachter ist erforderlich. Ich denke, er meint den Typen da, die Statue, aber... Ja. Wie kommen wir denn an ihn ran? Hast du mal versucht, die drei Steine da zu bewegen? Irgendeinen in irgendeiner Richtung schieben. Ich glaube halt wirklich, dass wir von unten, da sind ja Treppen, oder? Ich sehe das nicht ganz so... Nee. Nee, sind da keine Treppen mehr unten in der Ecke? Glauben nicht. Ich bin nicht sicher. Es kommen nicht. Visuell nicht ganz runter. Nee. Warte. Äh. Äh. Du musstest den wieder beschissen. Irgendwie mit der Streuder. Ja, ich hätte es auch überlegt. Aber von der anderen Seite, dass du irgendwie schräg nach vorne auf ihn schießen kannst. Ist das, was ich meine? Nee. Bringt nichts. Ja, so hatte ich gemeint. Bringt gar nichts. Vielleicht die, ähm... gelben Kerne oder die grünen Arcanum-Kerne? Nee, auch von vorne. Wenn dann. Nee, okay. Bringt nichts. Ich weiß nicht. Ich glaube... Oder wir fallen da von oben irgendwie rein, oder was? Schwer zu sagen. Ich würde drüber auf seine Gelte gehen. Du triffst ihn so nicht. Hahaha. Sehr gut. Haha. Äh? Nicht gut. Hahaha. Was sind das eigentlich für Wesen? Äh, ich weiß nicht. Die haben sich auch irgendeinen Namen. Uh. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Äh, die hier, wenn ich stehe berühre... Aber hier unten in der Ecke ist so eine Treppe, ne? Ja. Da ist so eine Treppe. Und die führt uns da, glaube ich, hin. Ja. Zu dem anderen Typen, zu der Statue. Aber da müssen wir halt erstmal jetzt hinkommen. Wie? Und ich denke, irgendwie müssen wir diese Kugel da hinkriegen. Okay. Give me a second. Ja, ja, das soll ich nach oben hören werden. Und das drehen wir diesmal, fördert es euch nach unten. Geht nach unten und besiegt dort alle Geister und Friedermäuse. Äh, haben wir doch, oder? Ich lasse da kurz den Raum, nur um ihn dann wieder zu betreten. Begutachtet nun die kleinen Blöcke, die den Steinritter umgeben. Steigt euch hinter den rechten Block, damit euch der Steinritter nicht sehen kann. Nach einem kurzen Augenblick wird er sich bewegen und den Eingang freigeben. Ernst? Wirklich? Ich muss sie verstecken. Oh, Mann. Deswegen stiller Beobachter. Ist das fies. Ja. Okay. Clever, clever, clever. Oh. Und jetzt kann ich das mit dem Dings da machen. Mhm. Ja. Ich sehe das. Es geht voran. Es geht voran. Leute. Das ziehen wir jetzt heute durch. Mir wird jetzt keine Pause mehr. Also bis... Ich kann es ausreizen bis 10. Dann ist aber schon, äh... Eng, aber wir machen das heute. Den Tempel machen wir fertig. Wir schaffen das. Ich gebe alles. Ich mache wieder den Speedrun-Modus rein. Ja. Genau. Genau. Jetzt übernehme ich da. Mhm. Ja. Da waren wir aber schon. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Wir müssen ja an die Truhe wahrscheinlich kommen. Aha. Jetzt kommen wir von der anderen Seite wegen dem Dings. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja. So, erst mal die. Ich mache hier nichts mehr heute. Genau. Jetzt gehst du ja hoch und dann darüber mit dem Magnetteil. Ja, ja, mein armes Zeug. Aber ich habe ja schon wieder alles oder das meiste. Nee, von unten, da, 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 da rüber, da hin. Ja. Ja, ich sage mal, Gott sei Dank, du hattest noch kein Netherite-Zeug. Das wäre nämlich tragisch. Ja, das wäre, aber hätte er in der Lava schwimmen, das wäre da nicht kaputt gegangen. Nee, das wäre dann despawned, meine ich. Aha, so. Ich denke mal, dass sein Zeug halt despawned ist. Weil wir irgendwie nicht schnell genug waren oder zu oft gestorben sind. Wir sind ja auch zweimal halt. Ah, sicher? Also wieder von uns mal gestorben. Ja, ja. Also einige Kerne spitzen klingen. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Habe ich gelesen. Eisige? Eisige. Ich habe einige gelesen. Wir haben noch keine eisigen Kerne. Oder doch? Ja, das habt ihr. Das ist wirklich... Ihr seid super. Mhm. Also das ist wirklich das mühsamste Viech. Und du hast Probleme. Hey, Schlüssel, Schlüssel ist immer gut. Ja. Nehmen wir. Kurz hier schauen. Ja, ist okay. Hey, was für die volle Herzen? Wow. Wir schreien es jetzt mal nicht. Nochmal kurz lesen. Mhm. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Hm. Oh, was? Okay. Oh, fuck. Okay. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, dann müssen wir jetzt eisige Kerne auspacken. Was sind das? Was ist denn eisig? Die Sturm-Dinger? Oder, oder? Äh. Das ist West Lane. Aha. Du hast die falschen Dinger an, oder? Ne, ne. Ach so, jetzt. Oh, mein Gott, ja. Aber wie? I see, I see. Na, ja, das ist jetzt tricky. Wenn er natürlich blau ist, schiesst er Eisklinge. Und wenn er rot ist, schiesst er Feuer. Und du musst ihn dann irgendwie umwechseln, damit er in seine eigene Munition reingeht. Was gar nicht so einfach klingt, gerade. Ist doch jetzt durchgefroren, oder nicht? Was denn? Ne, zu viele Erzeln verloren. Ach so. Doch, du hast ne andere Idee. Ne, ne. Ne, ne. Boah, jetzt bist du aber voll durch die Flammen gelaufen. Fünfzigmal vor allem. Also. Aber er geht dann da nicht. Wie geht denn da nicht hin? Ey, ihr sagt ja, eisige Kerne. Also. Was kriegst du hier aus den Büschen raus für Kerne? Aber das sind doch meistens die Kerne, die man benutzen soll. Okay, wow. So viel Herzen verloren. Arcanum. Arcanum. Und die Arcanum. Ha. Ja, würde es schon das Richtige sein, aber... Das ist doch schwierig. Eisige Kerne. Hat er sich jetzt... Hat es jetzt wehgetan? Hat sie kriegen? Weiss ich nicht. Irgendes passiert, aber ich bin nicht sicher. Hm. Ich check's grad überhaupt nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich ihm Schaden tue, weil eigentlich macht das ja immer so... Ja, genau. Und das macht es gerade nicht. ich glaube du wechselst sie wirklich nur um ich glaube umweseln ist sicher irgendwie ein teil von dem ganzen aber ich weiß nicht was ich dann noch machen muss ich will doch nicht so viel zeit verfläppern oh mein gott ist jetzt nicht euer ernst was du kannst die eis dinger aufheben er entsetzt deswegen schießt er wahrscheinlich auch nur ein mach mal okay warum dagegen und dann aufheben irgendwie hat er das in der hand auf dem foto ich habe jetzt nicht gelesen aber er hat seine hand sie gegen schießen mit dem kern dieser gegner hat sind sich je nachdem welches element er durch seine farbe repräsentiert attackierte entweder mit eisklötzen oder feuerwirbeln befindet sich ein eisklotz am boden müsste ihn mit einem super schleuder und akkern und kern anschließen damit er kleiner wird und könnte ihn mit dem kraft am mann aufheben und wahrscheinlich aber weiß ich nicht muss jetzt noch feuer sein ja dachte ich mir aber er wechselt dann irgendwann selber ja mein gott das ist ganz schön tricky ja sehr sicher dass er wechselt naja wenigstens braucht man nicht so viele für schüsse nein nein ist nicht schlimm ist nicht schlimm ok boah ok also das ist ja was gut weiter geht's ja runter geht's ich will das halt noch schaffen komm mal jetzt bieten ein modus an mir aber extrem den kugel ich glaube da geht es ganz schön ist gut kaum haben wir sind später ich glaube die kann man dass die sollte bestimmt da hinschieben rechts in die wand spieler modus am arsch 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 ich hab's doch nicht weiß nicht wie ich eine in die mitte kriegen soll in die mitte weiß ich nicht wieder einer rein kann doch jetzt jetzt hätte ich es doch gehabt glaube ich weiß ich nicht versuchte erst doch ich ach nee warte dann kann man den ja wieder nicht verschieben warte das gleiche problem jetzt das gleiche problem doch nicht dann am schluss gibt es nur regen wie ein kern ja ich habe eine lösung wenn du sie haben willst mhm kann ich die dann so oh Oh, hey. Nice. Puh. Gut. Ich hab gehofft, dass das geht. Ich war nicht ganz sicher. Super. Oh, nee. Das ist für mich, welcher jetzt der richtige Weg ist. Ob das oder der Schlüssel. Die Schlüssel-Tier. Oh. Bäh. Nee, 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 nee. Du musst oben lang. Das ist rutschig. Jetzt verliert er hier so viele Herzen. Wie so ein Blödsinn. Aua. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ah, noch mehr. Es ist schon zu spät heute. Nein. Nein. Nein, aber es macht so ein Blödsinn. Nein. Nein. Du kannst doch springen. Ja. Es rutscht mich runter. Oh Gott, oh Gott, ey. Puh. Warten. Schön geduldig sein. Wir nehmen den Speedrun-Modus. Wui. Aha, jetzt aber hier. Abkürzung oder so. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist schon mal nett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Hose geht dir ab. Was tut ihr ihm an? Oh nein, jetzt kommen die noch. Äh. Ja, doch. Der Boomerang, den kannst du doch lenken. Nein, das hier. Nein, nur den Boomerang. Ein Boomerang? Ja, den kannst du doch lenken. Ah. Doch easy. Habe ich vergessen. Oh meine Güte, ist das Level lang. Ja. Ja. Ich will aber so ungern wieder mittendrin aufhören. Ich weiss. Und ich möchte ungern runterstürzen. Dann hör auf damit. Ja. Der sagt mal. Sei geduldig. Nein. Romeroflie. Geduld. Jetzt geh rüber. Genau. Meine Güte. Achso. Du hättest eine übrig lassen müssen. Aha. Oder die einfach rüberschieben. Die muss zum Schirmt, äh, wegbollern. Ja. Äh. Einfach rüberschubsen. Wie den anderen gerade. Genau. Genau. Äh. Okay. Okay, das sehe ich gerne. Der führt uns immer, nehme ich mal, wieder. Jetzt? Ja, da runter. Also, da hoch zu der Truhe und dann runtergehen? Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Ah, und dann sind wir wieder hier. Das mag ich auch. Das gefällt mir. Oh Gott, sag uns bitte, dass wir gleich beim Boss sind. Ich fürchte noch nicht so ganz. Du hast die Eule gar nicht gefragt. Nein, aber vermutlich merke dir den Weg oder so etwas. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Einfach nochmal raus. Nein, fast. Ich bin so gut. Probier'o. The brain. Hm. Vielleicht musst du einen mitnehmen? Warte, Eile. Magisches Eis bringt alles zum Erstarren. Okay, du musst es sicher mitnehmen. Und irgendjemanden in die Fresse schmeißen. Da hin? In die Fresse, nicht drüber. Ah. Genau. Ah, da bestimmt rein. Irgendwie. Aha. Aha, aha, aha. Ah, ja, ja, ja. Aha, aha. Aha. Aber jetzt muss ich noch schauen, dass ich irgendwie da... Hm? Okay, du kannst es nicht alleine lassen. Nein. Dann fahr erstmal durch, mach erstmal den hinteren Raum. Da war auch so eine Gruppe. Romeo, wenn dir das zu lange geht, dann sagst du Bescheid, ja? Nö. Also, wenn du aufhören möchtest. Okay. Aber, ähm, umgekehrt schon. Was umgekehrt? Weil, weisst du, wir haben ja nur noch den Boss. Das ist jetzt nicht etwas, was mega krass ist, noch zum... Naja, wir müssen ja auch noch bis zum Boss hinlaufen, ne? Oh, warte, hier ist auch einer. Ja, sag ich doch. Das hab ich gemeint. Das schmeißt du es jetzt rein? Ich glaube, es ist nicht mehr viel. Also... Mhm. Ich kotze gleich. Okay. So, jetzt haben wir hier... Das hier, aber... Jetzt fehlt uns Eis. Mhm. Ich hätte erstmal die Tür aufgemacht. Da kommst du bestimmt zum Eis hin, irgendwie. Aber Türe, ich hab keinen Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel, nein! Nein! Hehehehe! Kann ich hier runter? Oh. Nein. Nee, weisst du nicht. Oh Gott! Warum haben wir keinen Schlüssel? Ja, das wird nächstes Mal, Bolle. Okay. Das ist ein Leben, Gleiser. Guck auf die Karte. Wo ist denn der? Da. Ja. Nicht mal so weit, aber ich glaube jetzt, das bringen wir nicht hin. Nee, das sprengt jetzt alles, ja. Nee. Liebe, gemütlich, das nächste Mal das machen und dann das Finale. Ich schreib dir jetzt. Zelda-Doppelpunkt. Löse. Holen. Äh. Ja. Bist du wohl einfach. Wird du ja im nächsten Mal wissen, was wir wollen. Mhm. Zu tun lassen. Ach, Mann. Da ist das gut. Bist du jetzt da hingeguckt? Äh, nur runtergegangen. Es hat drei von diesen Stücken. Und ich bin jetzt einfach runtergegangen, da wo das Eis war. Ist das der Schlüssel? Das war doch jetzt hier. Ja, ja, warte. Ja. Ja, okay, dann merken wir uns das einfach, dass du nächstes Mal zu der Truhe, äh, also der, wir gehst du zu der Tür noch hin und dann wissen wir beim nächsten Mal, dass wir da durch wollten. Ja. Der Plan? Ja, das ist ein super Plan. Ich geh zurück. Okay, dann korrigier ich das. Aber da ist jetzt auch noch eins. Ja, 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 da brauch ich an. Ist nicht nur die Türbolle. Wo ist was? Es ist nicht nur... Es soll sich nur, nur vor die Schlüsseltür stellen, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir anmachen, sehen, aha, Schlüsseltür, da wollten wir durchlaufen. Ja, ich sage nur, das sind... Äh, da Schlüsseltür. Fuck, fuck. Hab ich Schlüssel verschwendet? Das ist gerade, oder? Nee, Schlüssel verschwendet. So eine andere Tür. Ich werde nur, dass wir vor der Tür stehen und nicht nächstes Mal suchen, wo wir hinwollten. Ja. Es sind gerade viele Türen und Möglichkeiten, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Geh einfach da... Also geh mal hier runter wieder. In die Treppe da. Dann hoch. Mit den Dings fahren. Zu der Tür da, rechts. Fahr mit der... Lora einfach. Und einfach da in den Raum rein. Und das... Mehr brauchen wir nicht. Dann stehen wir vor der Schlüsseltür, wo wir gerade den Schlüssel haben wollten. Weisst du, was ich meine? Genau. So. Hier einfach stehen. Hier Schluss. Tschüss. Aus Ende. Adios. Amigos. Tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Okay. Wir haben es geschafft, Chat. Aber dann... Machen wir nächstes Mal halt den Tempel fertig und dann auch... Ja. Spiel. Machen wir. Das ist eine gute Idee. Freut. Wunderbar. Dann halte ich dich mal nicht länger auf. Kannst du noch ein bisschen Minecraft spielen? Ja, ich werde jetzt kurz mit Snuffles schauen, wegen dem Ort, wo ich hinziehe. Du ziehst du um? Ja, Snuffles hat den Ort, wo ich bin, hat er ja unten dran die Base. Und das ist ein bisschen blöd auch für ihn, weil er da schon Sachen gebaut hat. Und jetzt expandieren und alles drum und dran. Und ich bin irgendwie so halb da. Oh. Und jetzt werde ich alles abbauen. Okay. Und jetzt werde ich alles abbauen.